166 Dass es keine Möglichkeit gibt, sich selbst zu heilen. Es kommen halt immer Leute nach, na? Dass man sich nicht gegenseitig heilen kann. Naja. Ja, der hockt da. Naja, klar, was müsst ihr denn machen? Ja, jetzt haben wir wieder verloren. Schade. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Office oder Airport? Airport machen wir. Airport ist ganz gut, glaube ich. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils. Equipped. Ach, die Tommi kriegt, da gibt es ein Level. Da, schau her. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das ist so bunt und quietschig, bunt hier. Ach, wir sind hier mittendrin. Oder was? Hier steht Intermission in 3. Scheiße, das war die falsche Map, die wollte ich nicht. Ach so, ich hab die nicht gewählt, die Map, oder? Das ist ja die, wo wir verloren haben. Das ist ja die, wo so unübersichtlich ist. Ja, die möchte ich nicht spielen. Leute, die möchte ich nicht spielen. Das ist ein Quatsch. Weil, die kann man nicht gewinnen. Das ist, die ist so unübersichtlich. Das siehst du ja jetzt hier schon. So unübersichtlich. Die möchte ich nicht spielen, weil die kannst du nicht gewinnen. Es gibt Quests. Ach, die Flaggen sind Quests, oder was? Was für... Ja, Store. Es gibt Quests hier drin. Ja, also das kann man nicht gewinnen. Das kann man nicht gewinnen. Weil das so unübersicht... Ach, übersichtlich ist. Hier ist wohl ein Spawnpunkt, oder was? Ja, dann bleiben wir hier mal. Man sieht halt gar nichts, ne? Kommt dieses Wave immer genau dann, wenn die reingestürmt kommen. Hä? Wieso... Ja, man sieht halt nichts, ne? Man sieht nichts. Wo kommen die denn her? Kannst du dir vorstellen, auf Level 40 das zu spielen? Also, Welle 40? Das kannst du vergessen. Auf Welle 40 kannst du das vergessen hier. Schade, ich hätte... Also, ich hab die ja nicht gewählt, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht hab ich auch falsch gedrückt. Ich wollte die andere Map... Die... Die Flughafen wollte ich haben. Ist das Flughafen hier? Vielleicht ist es ja Flughafen hier. Vielleicht hab ich das bloß... Ja, ich seh halt nix, ne? Super leid. Ich seh halt nix. Wo kommen die denn her? Okay, da ist einer. Ach, da ist ja auch ein Tor. Das ist doch kein Flughafen, oder? Das ist ein Office. Das sind hier Bürogebäude. Du bleibst halt immer hängen, ja? Du bleibst halt hier immer an diesen Dingern hier hängen. Das ist das Problem. Äh, 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 die laufen genau nahe. Kriegt man immer Munition für die Waffe, die man gerade in der Hand hält? Äh, äh, in der Sofa versteckt. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny & Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir spielen hier Zombie Survivors. Wave 6, ja, immer schön rein. Genau da, wo die Zombies kommen, damit man auch gar nix sieht. So, schön. Schönen Hut haben die auf. Ah. Da haben wir noch an. Sehr schön, wunderbar. 400, knappe 500 habe ich wieder. So. Äh, gleich kommt die nächste Welle. 850 Schuss. Ich glaube aber, die ist besser. Seht ihr das, anstatt diese Wave nach unten zu tun, dass man immer ein schönes Blickwinkel hat. Gott, die hat ja kaum Wirkung, ne? Waffenwechsel geht auch schwierig. Ja, sehr schön, danke schön. Hat richtig schön Schaden gemacht. Zwei haben wir noch überlebt. Wo kann ich denn hier Waffen, äh, Munition kaufen? Weil 300 ist nicht viel. Achtung. Und... Und... One. Attack! Also, wo sind sie denn? Hier, jetzt kommen sie. Ja, jetzt kommen sie von der anderen Seite, weil die keiner bewacht, die Tür, und schon hast du verloren, ne? Das ist so widerlich. Ja, diese Waffe hat keine Kraft, das siehst du, ne? Der steht nur rum da oben. Was ist denn mit dem los? Hallo? Kannst du mir vielleicht helfen? Dankeschön. Das ist ja nicht von dir. So, ich brauche mal ein bisschen Moni. Weiß aber nicht, wo es die hier gibt, in dem Büro hier. Ach hier, Resupply. 300. Wieviel habe ich denn hier? Da habe ich 400, 300. Das ist doof. Da kostet mich das 300 Punkte. Also gut, auf ins Gefecht. Ich kann mir vorstellen, so ein Leben gegen die... Wow, du kannst dir nicht entgehen. Ach, dann fertig. Wow, und jetzt bin ich tot hier, ne? Weil da kommst du... Hier kommst du nicht raus. Die Waffe macht keinen Schaden, ne? Merkst du das? Die Rafika war teurer. Müsste eigentlich mehr Schaden. Aber die macht auch plus 19 Schaden, oder? Wow, ich habe den wieder nicht gesehen. Gott hat der Leben. Jetzt. Das ist unglaublich. Der ist immer noch nicht tot. Ja, jetzt bin aber ich gleich tot. Jetzt heile ich den schnell. Ach, der ist schon... Okay, ach, das ist zu viel. Ja, Leute, dann geht halt runter und sicher, weil die den Eingang... Bub, sicher doch den Eingang. Bleib nicht unten stehen und hau nicht deine Munition raus. Da ist... Hier, das sollst du sichern. Aua, aua, aua. Wie immer... Ein Anstürmer ist das. Oh, weia, da geht's nicht weiter. Das war's. Ja, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Okay, Ladies and Gentlemen. Ja, was willst du denn machen? Wobei, es sind nur 32 noch übrig. Das könnte man vielleicht sogar noch schaffen. Nein, das haben schon alle verloren. Wenn ich das hier richtig sehe. Weil man diese Map nur mit den Waffen nicht besiegen kann. Da braucht man andere Waffen. Ja. Du kannst Office nicht mit den Waffen gewinnen, da brauchst du andere Waffen. Also mit dem Waffen. із